Nachdenkseiten Die kritische Website Diese Umfrage belegt, dass es eine andere Ukraine gibt. Ein Artikel von Michael Holmes. Eine von westlichen Leitmedien ignorierte Meinungsumfrage belegt, dass eine große Minderheit der Ukrainer zentrale Meinungen der internationalen Friedensbewegung teilt. Der ukrainische Autor und Journalist Lev Gullinkhin beklagt, dass sowohl die Ukraine als auch der Westen unliebsame ukrainische Minderheitspositionen ausblenden. Bereits am 26. Juni 2023 veröffentlichte die pro-ukrainische Internetplattform Vox Ukraine mit Sitz in Kiew die Ergebnisse einer Meinungsumfrage, die im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt ist, in der sich eine beachtliche Anzahl von Ukrainern sowie ukrainischen Flüchtlingen im Westen kritisch gegenüber der Politik der Ukraine und des Westens äußerten. 43% der Ukrainer und 36% der Flüchtlinge widersprachen der Aussage, Nazi- und oder Neonazi-Ideologie ist nicht weit verbreitet in der Ukraine. 29% der Ukrainer und 35% der Flüchtlinge widersprachen der Aussage, die Revolution der Würde in der Ukraine von 2013 bis 2014 war kein Putsch. 26% der Ukrainer und 29% der Flüchtlinge stimmten der Aussage zu, Russland kämpft gegen den Westen und die NATO in der Ukraine. 25% der Ukrainer und 29% der Flüchtlinge stimmten der Aussage zu, der Westen nutzt die Ukraine zu eigenen Zwecken im Krieg gegen Russland. Der ukrainische Autor und Journalist Lev Golinkin hat in einem äußerst sehenswerten Interview, das im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt ist, mit dem linken US-amerikanischen YouTube-Kanal Useful Idiots erklärt, warum er die Ergebnisse dieser Meinungsumfrage für erschütternd und höchst bedeutsam hält. Golinkin erklärt in dem Interview, Zunächst lobt er die Autoren für die Veröffentlichung von Ergebnissen, die ihnen sicher nicht gefallen haben. Tatsächlich deuten die Autoren die unliebsamen Minderheitenmeinungen als Beleg für die Wirkmächtigkeit der russischen Propaganda. Golinkin wirft dagegen den großen Medien im Westen und in der Ukraine vor, alle Meinungen von Ukrainerinnen und Ukrainern zu ignorieren, die nicht ins Bild passen. Ihn empört die zutiefst antidemokratische, arrogante und paternalistische Annahme, Ukrainerinnen und Ukrainer seien in allen wichtigen Fragen weitgehend einer Meinung. Zitat, das ist eine Beleidigung von Ukrainerinnen und Ukrainern. Golinkin unterstreicht, dass weder Bewohner der Krim oder der von Russland besetzten Gebiete noch ukrainische Flüchtlinge in Russland oder Weißrussland befragt wurden. Wenn sich diese Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainer hätten äußern können, hätten die Minderheitenpositionen höchstwahrscheinlich noch wesentlich mehr Zustimmung erhalten. Er weist zudem darauf hin, dass es in der Ukraine gefährlich ist, die Minderheitenpositionen der Umfrage öffentlich zu äußern. Über die Berichterstattung im Westen sagt er, Westliche Medien würden jede Kritik an der Politik des Westens oder der ukrainischen Politik als russische Propaganda diffamieren, auch wenn Millionen von Ukrainern und Ukrainerinnen diese Kritik teilen. Wir sollten die Ergebnisse dieser Umfrage vorsichtig interpretieren. Es ist sehr gut möglich, dass die meisten Ukrainer und Ukrainerinnen, die dem Westen und ihrer eigenen Regierung kritisch gegenüberstehen, der russischen Regierung die Hauptschuld am Krieg geben. Die Umfrage zeigt jedoch sehr deutlich, dass die Ansichten vieler Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen sehr viel nuancierter und differenzierter sind als die simple Schwarz-Weiß-Perspektive der westlichen Eliten, die kaum Grautöne zulässt. Die feinen Unterschiede könnten jedoch von größter Bedeutung sein. Wer nämlich wie die Friedensbewegung, dem Westen sowie den Rechtsextremisten in der Ukraine einen relevanten Teil der Schuld für den Krieg zuschreibt, wird sich viel eher für eine diplomatische Lösung einsetzen. Die Ukraine steht vor schwierigen Entscheidungen. Wer nur eine ukrainische Meinung anerkennt, stärkt den Autoritarismus in der Ukraine, der die demokratischen Überreste zu vernichten droht. Golinkin selbst ist ein gutes Beispiel für einen Ukrainer, dessen Denken über sein Heimatland wesentlich komplexer ist als die westlichen Stereotype. In einem bewegenden Essay für den New York Times hat er sein Entsetzen und seine Trauer über den russischen Angriffskrieg eindringlich geschildert. In einem Artikel für das Magazin The Nation hat er den weitverbreiteten Mythos widerlegt, dass das berüchtigte Azov-Regiment der ukrainischen Armee seine neonazistische Ideologie hinter sich gelassen habe. Die westlichen Medien beschönigen das Azov-Bataillon. In seinem autobiografischen Buch »A Backpack, a Beer and Eight Crates of Wodka« – »Ein Rucksack, ein Bär und acht Kisten Wodka« – beschreibt er die schwierige Flucht seiner jüdischen Familie von Tcharkiv in die USA. Die besprochene Meinungsumfrage ist ihm wichtig, weil er sich um die demokratische Meinungsvielfalt in der Ukraine und im Westen sorgt. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.